Selkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal und zum ersten Fußballtalk seit langer, langer Zeit. Das ist der Anfang einer neuen Ära hier auf dem Kanal, zumindest ist es so geplant. Ich habe in den letzten Vlogs angekündigt, dass ich in Zukunft mehr direkt vor der Kamera machen will. Sowas wie The True Jordy, wer den Kanal nicht kennt, solltet auf jeden Fall mal vorbeischauen. Gerade die, die sich für die englische Liga bzw. auch Newcastle United, die ich ja sehr, sehr gerne mag, interessieren. Denn für die ist da einiges geboten, was man sich auf jeden Fall mal angucken sollte. Der Typ ist sehr sympathisch, sehr lustig, unterhaltsam. Und deswegen sollte man den auf jeden Fall auschecken, wenn man weiter über die Premier League bzw. Newcastle informiert bleiben möchte. Und so einen kleinen Eindruck davon bekommen möchte, was ich in Zukunft vorhabe, hier auf dem Kanal zu bringen. Natürlich mit meiner Vorliebe zu Hannover 96, also auch über die zweite Liga in der nächsten Saison. Aber auch über die Bundesliga, die Premier League, über News aus der Welt des Fußballs, über Skandale, über tolle Sachen, über sonst was. Und das Ganze wird immer vor dieser Kameraschaft, wird nicht vor dieser gleichen. Ich bin kurz davor, mir noch eine andere zu kaufen. Das ist ja, wie gesagt, der Plan, wie ich das Ganze finanziere. Weiß ich noch nicht so ganz, aber da finden wir vielleicht auch noch einen Weg. Und ja, bis zu diesem Zeitpunkt gibt es keinen Greenscreen, sondern einfach diesen wunderbaren Zimmerhintergrund und mich direkt vor dieser wunderschönen, süßen Logitech Webcam. Ja, gut, alles klar, soviel zu diesem Thema und ich würde sagen, wir starten durch mit diesem Video. Wenn es euch gefällt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, schreibt mir Verbesserungsvorschläge und so wie immer in die Kommentare unten rein. Und schaut, wenn wir gerade bei unten sind, auch in der Videobeschreibung vorbei bei Instagram, Twitter, Facebook, Randy Run, alles mal auschecken. Gerade Instagram ist auf jeden Fall wichtig für die Zukunft. Denn es werden nicht nur Vlogs von mir jetzt kommen, beziehungsweise diese Frontcam-Videos quasi, sondern auch mit mir und meiner Freundin. Die habt ihr ja bereits ein paar Mal gesehen und die wird in Zukunft auch eventuell ab und zu mal auf diesem Kanal hier auftauchen. Es wird sich natürlich großteils noch um Fußball gehen, beziehungsweise größtenteils hier um Fußball drehen. Aber vielleicht so kleine Specials geben, so Real-Life-mäßig. Und ich denke mal, das ist auch ganz cool und in eurem Interesse, denn ihr feiert ja die Vlogs und dementsprechend werdet ihr auch das im Idealfall feiern. Es geht heute, wie gesagt, um Fußball und es geht um die Ausflugung zur Champions League. Ich wollte eigentlich im Vlog vom Wochenende ansprechen, wo Hannover ja katastrophal gegen Frankfurt verloren hat. Aber ich habe es da einfach vergessen und nicht mehr gemacht und dementsprechend mache ich jetzt ein eigenes Video darüber. Es gibt allgemein im Viertelfinal der Champions League noch vier Partien. Das sagt schon das Wort Viertel und es ist eine sehr umstrittene, beziehungsweise auch in meinen Augen sehr coole Auslosung. Denn es sind sehr interessante Partien dabei. Und zwar haben wir zum einen Hannover 96, Spaß, der FC Bayern München gegen Benfica Lissabon dazu, der VW Wolfsburg gegen Real Madrid. Wir haben den FC Barcelona, der quasi auf Atletico Madrid trifft. Und wir haben das Kracher-Duell der Scheich-Klubs und zwar Roman Abramowitsch gegen den Scheich von Paris Saint-Germain, dessen Name ich gerade nicht im Kopf habe. Auf jeden Fall Chelsea gegen PSG. Sehr interessante Spiele. Ich werde zu jemals mal meine Meinung sagen, beziehungsweise vorher noch ganz kurz zu dieser allgemeinen Diskussion um die Auslosung. Auslosung. Es wurde sehr viel gesagt nach dem Motto, hey, es kann ja wohl nicht sein. Wolfsburg kriegt den stärksten Gegner, Bayern kriegt einen der schwächsten Gegner, Real kriegt auch einen schwachen Gegner. Und es gibt ein spanisches Duell, aber nicht zwischen Real und Barcelona, sondern zwischen Real, zwischen Atletico und Barcelona. Das heißt, Barcelona hat auch den einfacheren Gegner in diesem Fall bekommen. Solche Diskussionen gibt es immer. Schon solange es die Champions League gibt, gibt es immer in den Gruppenphasen und so weiter Diskussionen darüber, dass es meistens einfache Gruppen sind. Darüber, dass es dann wieder Todesgruppen gibt, dass es so unverhältnismäßig ist. Man sollte dabei aber bedenken, dass es im Endeffekt immer ein Losverfahren ist. Man kann nicht davon ausgehen, dass man als beispielsweise Wolfsburg einen einfachen Gegner bekommt. Wolfsburg gegen Benfica, es würde sich auch kein Mensch wahrscheinlich angucken. Das wäre ein sehr langweiliges Spiel in gewisser Weise, auch mit internationaler Aufmerksamkeit, die nicht darauf gezogen werden würde. Oder einfach, weil es interessantere Spiele gibt. Aber ich denke nicht, dass das irgendwas damit zu tun hat, wie diese Spiele ausgelost werden. Es wurde jetzt in diesem Fall von Gianluca Zambrotta, glaube ich, gemacht. Einem sehr renommierten Fußballer, der auch einen Ruf zu verteidigen hat. Und der wird nicht da irgendwas geschmiert haben. Es ist zumindest sehr unwahrscheinlich. Ich glaube, dass das alles schon mit rechten Dingen dazugegangen ist. Und dass wir uns so gesehen auch glücklich schätzen dürfen, dass wir eigentlich vier sehr interessante Partien bekommen haben, zu denen ich jetzt im Einzelnen nochmal was sagen möchte. Zunächst einmal Wolfsburg gegen Real Madrid. Das ist natürlich das Duell der Giganten, das Duell, was normalerweise ja im Voraus bereits entschieden ist. Denn der VW Wolfsburg, als ja erstmals in der Champions League seit Ewigkeiten, seit der Meisterschaft, glaube ich sogar, hat sich zwar in der Champions League recht gut präsentiert bisher, ist auch relativ souverän gegen Gent weitergekommen. In der Liga kriseln sie aber so ein bisschen. Ja, da sind sie teilweise nicht ganz so auf der Höhe. Zuletzt nur 1-1 gegen Darmstadt und jetzt gegen die übermächtigen Matriläden. Natürlich sind die Galaktischen momentan auch nicht so gut drauf. Muss man ganz ehrlich sagen, in der Liga die Meisterschaft längst an Barcelona verloren durch schwache Leistung. Trainerwechsel von Benitez zu, ne Quatsch, von Erst-Ancelotti zu Benitez. Jetzt zu Sinan, der auch umstritten ist. Der zwar natürlich Rückendeckung hat, weil er der Vereinslegende ist, aber trotzdem nicht so ganz einwandfrei, da sein Posten inne hat. Es ist eine sehr interessante Konstellation momentan bei Madrid und es ist eine sehr interessante Konstellation bei Wolfsburg. Trotzdem glaube ich, dass Real einfach durch die Erfahrung und dadurch, dass das der einzige Wettbewerb ist, den sie noch gewinnen können, einen sehr großen Fokus auf die Champions League setzen wird. Und wenn man mal sieht, wie die teilweise gegen Klubs wie Sevilla gegen die Wolfsburg, denke ich, große Probleme haben würde, 4-0 einfach gewinnen, dann ist das schon so ein kleiner Angstmacher für die Wölfe. Natürlich sind die Heim stark, gar keine Frage. Haben auch meine zunächst Heimrecht, aber ich glaube trotzdem, dass Real da relativ easy durchmarschieren wird. Natürlich, der Marktwert alleine sagt schon einiges über die Größenverhältnisse zwischen diesen beiden Vereinen aus. Also ungefähr Wolfsburg, na sagen wir mal, Wolfsburg ist hier und Real ist einfach hier oben irgendwo. Das kann man einfach nicht vergleichen. Ganz unterschiedliche Mittel, trotz dessen Wolfsburg natürlich vom VW gesponsort ist. Das ist einfach extremes, ja, unverhältnismäßig kann man das so sagen. In gewisser Weise schon. Ronaldo, Bale, Benzema gegen Draxler, Kruse und wen noch? Schürrle? Wie erinnere? Schon unfair, so gesehen. Aber vielleicht sorgen wir für eine Überraschung. Mein Tipp ist trotzdem eindeutig, und zwar das Real, das relativ easy für sich entscheiden wird und ins Halbfinale einziehen wird. Dann haben wir Benfica gegen den FC Bayern München auch. Eine nicht uninteressante Partie. Natürlich hat Bayern Glück gehabt, dass sie einen der kleineren bekommen haben, und zwar den Sieger aus der Partie Zenit gegen Benfica. Gegen Zenit hatte Benfica auch relative Probleme. Das ist so ein Duell auf Augenhöhe gewesen, ja. Aber die beiden sind natürlich keine Riesenvereine. Zenit letztes Jahr gegen Dortmund rausgeflogen, dieses Jahr gegen Benfica. Ich habe ja Zenit als Geheimfavoriten eingeschätzt, weil sie einfach auch einen guten Kader haben. Gute Spieler, Juba, Hulk, Witze. Aber sie haben sich nicht durchsetzen können gegen ein starkes Benfica, das auch durch seine Jugendmannschaft, beziehungsweise durch seine sehr starke Jugendarbeit, einen sehr starken Kader hat. Man hat vorne Jonas drin. Man hat dazu einen Mitroglou, der immer noch gefährlich ist. Man hat einen Pizzi, der als Spielmacher sehr gut agieren kann. Man hat einen Carlos, äh, heißt er gerade, nee, Gonzalo heißt er, glaube ich, Gidesch, der als Jugendspieler extrem, extrem stark ist. Man hat allgemein ein sehr breites Spektrum an guten Spielern. Natürlich vielleicht nicht ganz so gut wie Sporting, könnte man sagen, obwohl Sporting in der Euroleague ist. Aber ich denke trotzdem, dass Benfica nicht zu unterschätzen ist, gerade für die Bayern auch. Letztes Jahr gegen Porto sahen sie auch relativ alt aus am Anfang, gerade in der Allianz Arena. Sie haben sie natürlich gefangen. Aber trotzdem sollte man sie nicht unterschätzen. Und ich denke, dass das eine sehr interessante Partie werden könnte zwischen diesen beiden Mannschaften. Ich weiß nicht, wer Heimrecht hat zunächst. Ich glaube, es ist Benfica. Aber nichtsdestotrotz sollte Bayern die nicht unterschätzen. Denn gerade so Außenseiter, ja, die können sich meistens ganz gut präsentieren. Ich meine, wer hätte gedacht, dass Wolfsburg in der Gruppe mit Manchester United weiterkommen würde, ja? Ich meine, gut, PSV ist auch weitergekommen, soweit ich mich erinnern kann. Ich glaube es zumindest. Wer ist denn rausgeflogen in der Gruppe? Ich weiß es gar nicht. Ist egal, Wolfsburg hätten auch viele nicht als Gruppensieger gewettet. Aber sie sind es geworden. Sie haben Man United zweimal besiegt, einmal besiegt. Ich glaube einmal besiegt. Ja, wer weiß, was passieren wird. Ich glaube trotzdem, Bayern wird gewinnen. Und zwar sowohl im Stadion de la Luz als auch in der Allianz Arena. Aber trotzdem sollte man natürlich nicht zu sicher sein, gerade als Bayern-Fans auch. Man hat der Vergangenheit gesehen, dass kleine Teams die teilweise ärgern können. Und wenn sich Benfica perfekt darauf einstellt, auf den FCB, dann werden wir da eventuell zwei sehr interessante Spiele zu Gesicht bekommen. Zwei sehr interessante Spiele auf jeden Fall wird es geben zwischen dem FC Barcelona und zwischen den Rochi Blancos, zwischen Atletico Madrid. Die beiden größten Städte Spaniens, die beiden Fußballzentren Spaniens. Der größte Verein Kataloniens gegen einen zweitrangigen Stadtverein sozusagen. Natürlich ist der Fokus in Madrid immer noch auf Real. Daran hat auch die Meisterschaft nicht geändert und auch nicht das Champions-League-Finale. Denn Real ist der größte Verein der ganzen Historie der Welt, der ganzen Fußball-Historie. Aber Atletico hat in den letzten Jahren so ein bisschen durch die Arbeit in der Jugend, durch so ein bisschen kluge Transferpolitik, einiges aufgeholt zu den großen Top-Teams und ist momentan recht gut dabei. Sie haben eine extrem starke Offensive, die man nicht unterschätzen darf mit Koke, mit Griezmann, beispielsweise auch mit einem Luciano Vietto oder mit einem Angel Correa. Das sind extrem talentierte Spieler. Auf der anderen Seite hat man natürlich mit La Masia, heißt es glaube ich, oder Masipa, ich weiß gerade gar nicht, die Jugendmannschaft, die seit Jahren bei Barcelona immer wieder nachliefert. Man sieht es auch jetzt beispielsweise wieder an einem Seri Roberto, der sich diese Saison immer weiter etabliert oder auch an den Leihspielern, die sie überall auf der ganzen Welt verstreut haben. Barca ist das Maß aller Dinge, was die Jugendarbeit angeht. Atletico ist nicht das Maß aller Dinge, was den spanischen Fußball angeht. Aber kann die Favoriten ärgern? Wir haben es in den letzten Jahren gesehen teilweise, beispielsweise durch die Meisterschaft bewiesen oder auch durch die Pokalerfolge. Sie sind nicht schlecht und sie können gegen Real und gegen Barcelona mithalten, wenn sie einen guten Tag haben. Und deswegen glaube ich, dass gerade das Spiel zu Hause für Atletico, wo ich weiß gerade nicht, wie der Stadion heißt, ich vergesse es immer wieder, wie Sante Cairon ist, glaube ich, dieses Spiel wird sehr wichtig werden. Denn wenn sie da vielleicht in Führung gehen und wenn sie da defensiv gut stehen und dann vielleicht ein Kopfball von Godin kommt, wie damals gegen Madrid im Champions-League-Finale, dann könnte Barcelona Probleme bekommen gegen die sehr stabile Defensive von Atletico. Dann dauert es vielleicht bis zur 90 Minute, bis dann in diesem Fall, wer es Gerard Piqué, das Kopfballtor macht in der 94. Minute. Ich bin gespannt. An sich ist das Ganze klar verteilt. Barcelona ist klarer Favorit. Barcelona wird wahrscheinlich ins Halbfinale einziehen. Aber ich rechne trotzdem Atletico zumindest ein paar Chancen zu. Und ich denke, dass die theoretisch was bewegen können. Ob es wirklich eintreffen wird, ist die große Frage. Aber man sollte Griezmann und Co. auf keinen Fall unterschätzen. Man hat es in den letzten Jahren vielleicht ab und zu gemacht und das war ein Fehler. Immerhin hat man Atletico die Meisterschaft gewinnen lassen einmal. Und das naht, glaube ich, immer noch sowohl an Real als auch an Barcelona. Naja. Kommen wir zum letzten Spiel. In dieser Champions League-Konstellation, in dieser Viertelfänder-Konstellation. Und das ist Manchester City. Die Männer von Manuel Pellegrin und der zukünftige Klub von Pep Guardiola gegen PSG. Paris Saint-Germain. Ich glaube, ich habe am Anfang gesagt, es ist Chelsea. Ich verwechsel das irgendwie jedes Mal wieder. Ich habe immer wieder Chelsea-PSG im Kopf, weil das halt die letzte Paarung war. Aber jetzt ist der nächste englische große Scheich-Verein, der gegen den anderen großen Scheich-Verein antreten wird. Und zwar gegen halt eben PSG. In der Liga läuft es bei City momentan nicht so gut. Allgemein ein bisschen abgeschlagen. Zuletzt gegen Man United verloren. Und das Tor von Rashford, der junge Superstar. Und dazu gerade in der Defensive mit großen Problemen. Und da Mendy und Kompany fallen, glaube ich, bis auf weiteres aus. Und da hat man eben nur die Ersatzleute, die da eben dem Mikelis und wer eigentlich noch Mangala heißen. Das sind zwar gute Spieler an sich, aber nicht Champions-League-Halbfinal-Formaten. Und dementsprechend glaube ich, dass das ein Problem werden könnte, weil PSG's Offensiv einfach sehr, sehr stark ist. Ibrahimovic ist immer noch einer der besten Stürmer, wenn nicht der beste Stürmer der Welt. Dazu hat man mit Lukas Moura, mit Angel Di Maria und mit Cavani extrem torgefährliche Spieler auf den Außenbahnen, die sehr schnell agieren, die sehr technisch stark sind und die auf jeden Fall Probleme bereiten können. Natürlich hat City mittlerweile mit Hart einen sehr, sehr guten Keeper. Man hat den drei Jahre lang unterschätzt, aber der ist ein guter. Auch die Außenverteidiger-Positionen sind nicht so schlecht besetzt mit Kolarov bzw. Klischi und auf der rechten Seite Zabaleta. Aber nichtsdestotrotz ist, denke ich mal, durch diese Personalsituation, PSG leichter Favorit. Es läuft bei City in der Liga, wie gesagt, nicht so gut. Haben die Meisterschaft wahrscheinlich schon verloren, sowohl an die Spurs als auch an Arsenal als auch an Leicester. Das Ganze ist durch. Ich denke mal, City wird leider Gottes nie mehr Meister werden. Ihr wisst, ich mag City, aber ich glaube, das wird nichts. Und bei PSG läuft es deutlich besser. Acht Spieltage vor Schluss sind die schon Meister. Momentan lassen sie ein bisschen federn, können sie sich aber auch erlauben. Haben eine unglaublich dominante Saison in der Ligue 1 gespielt. Ibrahimovic mit weitem, extrem weitem Abstand Torschützenkönig, da vorne drin. Dahinter kommt, glaube ich, sogar schon Cavani, ich bin mir gar nicht sicher. Es läuft einfach. Und ich glaube, dass PSG ein Anwärter auf den Titel ist. Ich habe es vor der Champions-League-Saison gesagt und ich bleibe dabei. PSG letztes Jahr sehr unglücklich, glaube ich, bzw. sehr blöd rausgeflogen. War es gegen Barca, ich bin mir gar nicht sicher. Auf jeden Fall hätten sie da nicht rausfliegen müssen. Und dieses Jahr eventuell noch stärker als letztes. Mit beispielsweise Marquinhos, der sich weiterentwickelt hat. David Luiz, der immer noch defensive Schwächen hat, aber Thiago Silva, der sich kompensiert. Auf einer Außenverteidiger-Position befanden er, der sich weiterentwickelt hat. Mit Maxwell bzw. Kursava, die beide sehr, sehr stark sind. Im Mittelfeld Verratti, der immer besser wird. Thiago Motta, der ein unglaublicher Leader ist. Die Maria theoretisch noch auf den Außenbahnen. Dann Cavani, Lukas und Ibrahimović. Das sieht schon stark aus bei City. Ja, sie haben eine Mörder-Offensive, aber da haben wir immer wieder mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Und wir dürfen gespannt sein. Es war schon gegen Kiew. Jetzt nicht so souverän. Ich bin gespannt, wie es gegen einen richtig starken Gegner wie PSG werden wird. Meine Tendenz ist momentan, PSG kommt aufgrund der Personalsorgen bei City weiter. Es kann aber auch sein, dass City einfach nochmal einen Hebel umlegen kann und nochmal richtig dominant spielen wird. Das ist wirklich ein 50-50-Spiel in meinen Augen. Vielleicht mit kleinen Vorteilen für PSG. Aber es wird auf jeden Fall das Spannendste in meinen Augen in diesem Viertelfinale. Schreibt mir gerne eure Meinung in die Kommentare. So wird dieses Fußballformat in Zukunft aussehen. Vielleicht ein bisschen kürzer, knackiger. Aber hier muss man einfach über vier Spiele extrem reden und muss da auch nochmal ein bisschen evaluieren. Ich hoffe, verzeihe mir den Fehler am Anfang, dass ich gesagt habe, dass es zwischen Abramovic und dem Pariser Scheich gehen wird. Das ist natürlich zwischen der Etihad-Gruppe und dem Scheich von Manchester City, den ich gerade auch nicht im Kopf habe. Es ist irgendein Araber. Naja, Abramovic ist so gesehen auch kein Scheich, sondern einfach nur ein Oligarch. Wie auch immer, ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt mir eure Meinung in die Kommentare und schreibt mir Anregungen und Vorschläge auch unten rein. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis dann. Macht's gut. Haut rein. Und ciao.